WDR mediagroup Das ist gut so, oder? Die 515 und Rössing zu Marathon. Die 815 auf 2, Rössing zu Marathon. Aufmerksamkeit. Ohhhhhhhhh Ohhhhhhh 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 Die kontern, die kontern, die schieben ihn einfach in die Erdwahl rein in der Nahrung und damit fällt der Rhein zurück, so kann es gehen, eben noch auf 1, jetzt wieder auf 3, wir kommen noch einmal zurück auf die Strecke, aber das Ding scheint gelaufen zu sein. Hier, hier laufen ist der Chile und der Scheiter ist da passiert nicht so viel, denn es geht rein in die letzte Runde, ein Fahrzeug steht da hinten, jetzt noch einmal in die Nahrung, die sind ausgeschieden und stehen in der Bühne. Die Strecke, nicht mehr mit dabei, da durch Black Sharks jetzt wieder auf den Schmuck, also auf der 2, die Black Sharks, hier steht jetzt mit erwerblich, wieder 5,5 und 1, also Startnummer. Die Trabant-Fahrer steht schon mal bereit und auf den Trabant-Originalkasse von Päufe, da noch bitte die 80-Test-Klasse, Startbereitmachung, Philipp Ray, Cargo Racing Team Gribble, wieder 1 und 1. Das ist ein Runde, das ist ein Runde, das ist ein Runde. Das ist ein Runde.